Hallo Leute, weit geht es bei God of War. Arthur ist da hinten, der schmolz scheinbar. Gehen wir mal zu ihm, nachdem wir uns hier umgesehen haben. Okay, hier drin kann ich die Waffe nicht in die Hand nehmen, ist gut. Okay Junge, hör mal zu. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du wirst auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Ist klar. Au! Warum... Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dummer Junge. Das klingt nicht gerade gut. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Was ist das denn? Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es. Eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Das war ein Fehler. Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Kein Problem, sag du. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. 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 Was zum? Was ist das für ein Typ? Alter. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Oh fuck. Fick dich. Oh was. Oh was. Leck mich. So. Axt komm her. Sinnlos. Nichts ist sinnlos. Hier. Sehst du? Ist das sinnlos? Ich denke ja nicht. Fick dich. Scheiße. Abgewehrt. Abgewehrt. Oh fuck. Oh was machst du da? Ha. Versuch es ruhig. Versuch es ruhig. Suck du. Wo ist er? Abgewehrt. Was willst du von mir? Shit. 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 Verfluch nochmal. Jetzt. Verpiss dich mal. Du wirst diesen Kampf nicht gewinnen. Verstehst du? Fuck. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst es nicht. Fuck. Na los. Jetzt war's schon. Du wirst es hier einfach nicht lernen, oder? Du wirst es nicht lernen. Wo ist er? Wo ist er? Fuck. Fuck. Ich denke nicht. Das weiss ich sogar sehr gut. Ich hab doch das Schild eingesetzt. Was zum Fick? Nein! Sag was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Lass mich in Ruhe. Wieso sind da drin zwei Bäcken? Es geht dich den Scheiß an. Stirb! Nein, 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 ein Gegenangriff! Was? Was? Bist du ein Wrestler, hm? Bist du ein Wrestler, hm? Den versteckst du! Den versteckst du! Geht dich nichts an! Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Oh Gott, er heilt sich! Oh, was? Willst du's nochmal versuchen? Ja, du redest zu viel. Au, 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 au! Du willst nichts sagen? Na schön! Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus verstecken hältst. Nein! Spartas Rage verfügbar! Alles klar! Schluss mit lustig! Du wirst Atios nichts tun! Nichts! Wer ist das? Wer ist das? Wer soll ich nicht finden? Finden wir's heraus. Oh, fucking, fucking, fuck! Oh, was hab ich gerade gemacht? Was willst du von mir? Hier! Jetzt halt die Klappe und stirb! Wo ist der? Zu spät und zu langsam, mein Freund! Na? Wer ist ja zu langsam und zu alt? Hä? Ich wohl eher weniger! Scheiße! Hab ich nicht mehr gesehen! Dafür habe ich keine Zeit! Fuck! Jetzt stirb doch endlich mal, du! Nein, weg! Verfluchte Kacke nochmal! Ich block dich doch! Und weg! Weg, 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 weg! Los! Oh ja! Ich hab doch geblockt! Jetzt stirb doch endlich mal! Das darf doch nicht wahr sein hier! So lange weißt du mich immer noch! Ja? Weißt du, was du machst? Du bringst mich zum Einschlafen hier! Jetzt stirb verdammte Scheiße nochmal! Lach nicht so blöde! So! Schluss mit lustig! Und? So, gute Nacht! Was zur Hölle! Ich glaube, das war gut! Aber Kratos, was war das für ein Typ? Der war irgendwie ein zu großes Problem für dich! Wenn ich das so sagen darf! Ich hab dich anders in Erinnerung! Aber scheinbar bist du wirklich alt geworden! Er ist nicht so gut! Was? Willst du etwa schon gehen? Wie, der lebt noch? Warum lebt der noch? Als ohne mich hierher geschenkt hat, brauchte ich bloß antworten! Aber du bist einfach zu stark! Ich leudere was du hast auf mich! Ich werde nicht aufhören! Der alte Körper wird was haben! Aber bevor ich's zu Ende bringe, solltest du eines friss! Ich spüre... ...überhaupt nichts hiervon! Ich hab schon verdammte Scheiße! Was ist das für ein Freak? Oh mein Gott! Schnell hoch da! Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen! Du kannst mir nichts tun! Nichts kann das! Dieser Kampf ist sinnlos! Deine Gegenwehr ist sinnlos! Es hätte nicht so weit kommen müssen! Das werden wir noch sehen! Jämmerle! Verdammt! Du kannst nicht sehen! Ich spüre gar nichts! Aber du! Du fühlst alles! Und doch gibst du dich auf! Ich bin nicht mein Bruder! Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen! Aber nein! Bringen wir das hier zu Ende! Alles klar! Was willst du von mir? Kravos kann sich auch heilen, verdammte Scheiße! Wo ist er? Kannst mich nicht besiegen! Das hab ich... Das glaub ich langsam sicher auch! Aber ich werde nicht aufgeben! Werde ich nicht! Kapiert? Wann schwindet er jetzt endlich? Geh es mir so dermaßen auf den Sack! Wo ist er? Da! Was willst du von mir? Ernsthaft? Du bist doch bescheuert! Weg! Ich fühle gar nichts! Ach ja? Wart mal ab! Wart mal ab, was du gleich fühlen willst! Nämlich tatsächlich nichts mehr! Denn... Tote... verspüren keinen Schmerz! Jetzt verdammt nochmal! Ernsthaft! Weg! Wo ist er? Fuck! Was bist du von mir? Fuck! Lass den Scheiß! Ich kann dem nicht ausweichen! Was ist das? Scheiße! Axt, komm her! Verflucht nochmal! Was willst du denn? Hier, fall den Abhanger runter! Wo sollte ich besser ohne Axt kämpfen? Versuch es gleich mal ohne Axt! Weg mit der Axt! Jetzt kämpfen wir... ...wie Männer! Ich mach dich fertig! Mit Händen und Füßen! Du machst mich fertig! Das werden wir dann noch sehen! Scheiße, scheiße! Wo ist er? Ich will mich nicht versiegen! Ach ja? Meinst du ja? Fuck! Nein! Verflucht! Was soll der Scheiß jetzt hier? Schluss jetzt! Jetzt lachst du nicht mehr, hä? Dachte ich mir! Kratos ist ein Wrestler! So! Schluss jetzt! Nichts da! Ich hatte gehofft, dass du... ...mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst! Doch kannst du nicht! ...und Knack! Jetzt fühlst du nichts mehr, klar? Und tschüss! Puh! Ich hoffe, das war's jetzt endlich mal! Was war das für ein Freak? Aber Kratos kann sich auch heilen, scheinbar! Das ist ziemlich gut zu wissen! Der Kampf war anstrengend! Mein Gott! So! Wer war er? Er kannte mich? Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Jetzt wird's interessant, Leute! Kratos Vergangenheit! Faye! Was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen! Sieh doch den Schnee an, wie geil das aussieht! Die Asche zum Gipfel des Berges, habe ich verstanden! Kratos! Halte durch! Ja, er heilt sich! Aber nicht komplett! Und ich auch nicht! Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll! Das ist nicht so gut! Gehen wir nachsehen, ob es Atreus gut geht! Ich hoffe doch! Aber wir können nicht hierbleiben! Okay, Leute! Aber bevor wir die Tür öffnen, das war's für heute mit God of War! Vielen, vielen Dank fürs Zusehen! Und hoffe ich bis zum nächsten Mal! Macht's gut oder besser! Tschüss! Und... Tschüss!